Okay, das ist eigentlich nur die Einleitung. 4, 5, 3, 2, 1 und go! Ja, muss man schon mal sagen. Wir sind Seriasten TV. Ja, das ist doch nur eine Einleitung. Naja, du musst schon sagen, wie du bist, Alter. Ja, ich bin der Martin. Ich bin der Martin. Ich bin der Martin. Das heißt, M&M. M&M. Du bist die Melan. Das ist der Martin. Wir sind die Seriasten. Willkommen auf unserer Seriencouch. Okay, erste Sender. Geil. Erste Sender. Erste Sender. Martin, ich möchte über Prison Break reden. Melan, gleich über Prison Break reden? Wie sofort! Warum unterhalten wir uns überhaupt über Serien? Das ist ja die Frage. Was machen wir hier? Ich will über Prison Break reden. Willkommen bei den Seriasten. Ihr seid hier noch auf der Seriencouch. Um ein bisschen größerer Liste, bist du in der Seriencouch. Ja? Äh, hallo Melanie erstmal. Hallo Martin. Ja. Willkommen. So, der Anfang ist ja... So, Melanie. Martin. Schönen guten Tag. Was haben wir hier? Seriencouch. Season 1, Episode 4. Willkommen. Hallo. Ja, servus. Melanie. Martin. Fangen wir an? Wir fangen an. Oh, Melanie. Ich wusste, was mich erwartet, aber es ist so schlimm. Ach, laufen wir jetzt schon? Da machen wir eine Klappe. Da kann der Christian uns schneiden. Laufen wir schon? Sind wir denn schon drauf? Melanie, laufen wir jetzt? Oh Gott, ja. Ich hoffe, es ist die erste Folge. Da fangen wir gleich mal an. Was haben wir da news? Guck mal, wie lieblos er die Kelle, die ich extra für Martin gekauft habe, teuer bei Ebay ersteigert, ja? Lieblos, nur nicht mal aus der Hülle gepackt, ja? Hallo, liebe Seriasten. Willkommen auf der Seriencouch. Folge 3 der Season 2. Okay. Oh Gott, das war so super. Gut, jetzt bin ich raus. Das ist super. Und wie hat letztens Christian Bale zu seinem Kameramann gesagt? Oh mein Gott, was hat jetzt gesagt? You fucking idiot! Oh. Sind wir schon auf Sendung? Haben wir Ton, haben wir Licht, haben wir Kamera? Hallo, liebe Seriasten. Grüß Gott. Hallo, ihr Lieben. Hallo, Martin. Ja, grüßen. Hast du ein bisschen Vorlauf gelassen? Das ist total super cool hier vorher. Sehr geil. Was empfiehlt. Erstmal. Erstmal muss ich mich ja hinsetzen können. Ja. Grüß Gott, ihr seid wieder mal auf der Seriencouch. Mit Martin. Und Melanie. Wie immer. Das ist immer kein rotes Licht. Das ist total komisch, Christian. Wir sind Moda. Puh. Hallo, liebe Seriasten. Da winkt sie schon wieder. Oh. Oh, da kann jemand noch einen draufsetzen. So, was haben wir hier? Weiß, braucht keiner. Meine Kontakten sind, wenn mir irgendwann die trockene Pflaumen von den Augen fallen. News? Bei uns gibt es keine Schnarch-Sendung. War das nur eine Schnarch-Sendung? Oh, war nicht so gut wie die von Martin. La, 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 vollkommen an der Kamera vorbeischauen. Ein, zwei, drei, testi, 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 testi. Hallo, liebe Seriasten. Ich dachte so, okay. Ruhig gef... Der Ton ist bei euch auf der Seriencouch nicht gut, Melanie. Läufst du schon? Äh, nein. Das war's. Bis zum nächsten Mal, lieben. Tschüss. Tschüss.